In der letzten Episode. Und so geht's weiter. Sie werden uns finden. Und damit herzlich willkommen bei The Walking Dead in der ersten Staffel. In der Episode 4. In der Playlist Episode 4. So, ihr Finger tut sicherlich immer noch weh. Aha, was immer er da rausgenommen hat, es wird schon funktionieren. Dann mal. Clementine, was? Ja, mach mal. So, was können wir denn machen? Wir können mal drauf gucken. Ja, dann machen wir das nochmal. Let's get this cut cupboard out. Yes, please. Wunderschön. So. Wie geht's dein Finger? It's okay. Thanks for fixing it. Fixing it, okay. I'm gonna keep looking around. Okay. Ja, johu. Was ist denn hier drin? Ah. Ja, dann nimm mal. Da ist doch bestimmt Batterie drin. Junge. It's the remote to my dad's TV. Okay. Ja, da können wir dann nochmal quatschen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Er ist angegangen. Okay. Okay. Was können wir jetzt machen? Tür zur Apotheke. Die Zombie. Ja, dein Bruder, du Hacke. Okay. Glaubst du, alle sind okay? Ihr seid echt intelligent. Okay. Ich werde immer weiter schauen. Okay. 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 Hier gibt's wohl nichts weiter. Da, 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 da. Nein. Haha. Oh, diese Schritte. Oh, je, je, je. Okay, gut. Dann gehen wir halt hier wieder raus. Wollen wir zurück in die Drugsstor mit mir? Okay. Lee? Ja. Du bist nicht schlecht, oder? Ich, äh, warum hast du mich das gefragt? Die Frau sagte, du hast jemanden töten. War das, weil er eine der Dinge, die dich zu essen hat? Nein. Nein, das war er nicht. Nein, er war er nicht. Oh, war er schlecht? Er war. Joho. So, wir suchen immer noch Batterien. Wo gibt's denn hier Batterien? Batterien, Batterien, Fotos. Besonders scharfe Schrift. Uiuiui. Okay. Ah, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ah ja. Okay. Das waren die Karten. Okay. Hey there. This is Glenn. And, uh, I'm kind of in a jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motorin' and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor end. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor end, get Glenn and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use the jog. Gut, wir brauchen aber immer noch die Batterie. Wo ist denn die Andoch-Batterie? Der kann da noch warten. Er sitzt ja... Äh, tight, ding. Was auch immer. Was? Da, da, da. Wir haben erst eine Batterie, okay. Wir brauchen ja zwei, hat er gesagt. Da ist aber nix. Da ist auch keine weitere gespawnte. Ich glaube, die war vorhin nicht da. Nee, da nicht. Nein. Nein. Wo gibt's denn hier Batterie? Das kann doch nicht wahr sein. Nö. Hm. Irgendwie zu blöd für Batterien. Okay. Warte mal. Nee, das war die Zeitung. Okay. Da hinten ist auch nix. Nein. Okay. Da liegt doch was. Guck mal. Kannst du das nicht nehmen da? Na gut, dann steck halt erst mal eine rein. Die Batterie should fit the radio. Great. Thanks. So. Ist das jetzt eine Batterie? Nein. Nö. Nö. Das sieht doch aus wie eine Batterie. Hm. Ich verstehe das nicht. Gut. Aber bevor wir da jetzt ewig noch rum suchen. Ja. Nein, das sind auch nur Fotos. Dann geben wir auch nochmal einen Rundgang. Und wenn das Ding dann auch nicht erfolgreich ist, dann... Ja. Keine neuen Batterien gespawnt. Gut. Alles klar. Bevor wir mal hier noch einen Drehbaum kriegen. Meine Fresse. Ähm. Warte mal. Die kann man auch reintun. Aber das ist doch eine Batterie. Big Stumpy Ones. Weißt du ganz ehrlich. Beste Beschreibung. Jungs, habt ihr eine Batterie für mich gefunden? Toll. Ei, ei, ei. Voll die Hilfe. Ist hier vorne was? Oh Gott, komm mal nach vorne. Hier irgendwas? Keine, keine Stumpy. Nö. Nö, nö, nö. Ach, guck mal. Ah, 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 ah. Na, siehst du. Da unten muss man dann auch mal hingehen. So, weiter. So. Ja, dann mach mal. Wahrscheinlich hat sie die Batterie ins Verkehrtraum reingetan. Hahaha, natürlich. So, und du. Dann mach mal, mach mal laut. Nein, du sollst laut machen. Wie sagst du das? Hä? Gut. Und an damit. Also, ich weiß, was auch du für siehst. Du hast es. Entschuldigt. ... ... ... ... ... ... ampft. ... ... ... Tja. Äh, was? Nee, reden. Alles okay? Wirklich? Alles in Tod? Äh, apropos. Bist du bereit für draußen jetzt? Äh, ja, gleich. Tschüss, Leute. Äh, ja, 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 ja. Did you see that? I sure did. Be ready to shoot. Guys! Oh, man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right there wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go, now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Ha. 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 Okay. This is the plan. We don't know how hard it's going to be to get her out of that room. Yeah. It's boarded up. So we have to kill every one of them in here quietly. No one attracts these things. Now let's have a look around. Speer über die Mauer. Oh man. She's eating something. So we got that one right there close. Okay. Ah wie. Okay. Können wir da hingehen? Machen wir das mal. So I know. Oh oh. Ja da hat er da nix recht. Ja dann gehen wir halt wieder zurück. Okay wir brauchen irgendeine Werkzeugs oder das nix. Ja dann gehen wir mal da hin. Wunderschön. Und du? Ja dann guck doch mal. Okay. Mal gucken mal. Okay. Dann äh. Ja dann halt nicht. So was können wir da machen? Nein nein nein. Komm wieder zurück jung. Okay. Was haben wir hier? Zombie. Der kommt da immer rein. Okay. Moment. Was ist mit dem? Äh. Ja. 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 Ja das frage ich mich jetzt auch gerade. Verdammt. Wir haben nix. Moment. Okay. Rechts und rauf. Guckt er da hin. Okay. Das bringt uns nix. Hahaha. Hm. 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 Super. Äh. Jetzt sind wir jetzt wieder da. Okay. Das wirklich hilft uns das ja nicht. Ja ich seh halt nix. Ach guck mal ein Kissen. Ja nimm das mal. Warte mal. Wir gehen mal wieder da rüber. Kann man das nicht mit dem Kissen irgendwie abdämpfen? Dass man die Scheibe aufschlägt? Das müsste doch funktionieren oder? Achso. Haha. Okay. Gut. Schade. Ja. Ja der Meisel sieht für mich eher aus wie ein Schraubenzieher. Aber okay. So. Kissen. Was sollst du mit dem tun? Ich weiß nicht. Hast du keine Tricks für die Fahrzeuge? Nicht ohne Tricks, sondern wir machen ein paar Schraubenzieher. Und nichts mit Pfeilchen. Ach verdammt. Haha. Okay das war's wohl dann nicht. Mist. Was haben wir hier? Ja dann. Hm. Kriegt er das Kissen? Hallo. Das war verrückt. So. Hallo. Äh. Warte mal. Machen wir das Ding auf. Hm. Ah ja. Ja jetzt nimm doch. Fonst irgendwas? Nö. 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 Nicht so wirklich. Okay. Neutral und ab dafür. Okay. Ab dafür. Hallo. Das war großartig. Wie sind wir jetzt wieder her? Achso. Ne. Das geht immer noch nicht auf. Achso. Vielleicht kommen wir wieder zu. Hä? Moment. Schmeißen wir es halt mit der Zündkerze ein. Achso. Okay. Echt? Das ist so scharf. Krass. Ja dann mach mal. Okay. Äh. Sonst nichts. Okay. Gut. Dann würde ich sagen. Dann heilen wir mal hier auf. Äh. Kann man das irgendwie an den Deledien peilen? So. Ja. Das ging ja gar nicht so schlecht. Sehr schön. Oh oh. Gut. Gut. Ach. Ja. Ja. Dude, where'd your weapon go? Into that ice big sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Ha ha ha. Ja, komm nimm mal. Two more. That should help. Na, na. Na dann. Uh, komm wieder hoch. Why don't you guys lag behind, just in case this goes to hell? Okay. We'll be right behind you. Was? Ihr sollt doch hinter... Wieso seid ihr direkt hinter mir, wenn ihr... ...zurück bleiben sollt? Ob hoch. Younger. Hallo. Oh. 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 Schwede. Gut. Dann hätten wir das. Hä? Wie ist das am Brett draußen dran, wenn da jemand drin ist? Macht ja gar keinen Sinn. Hallo in there. We're here to help. Please just go away. Let's go guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. She's in trouble. Miss. We're coming in. Ja, dann mach. Und auf die Tür. Oh. Oh. Stop. Stop. Just stop. I'm coming out. You're hurt. Oh god. I... I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys. She's been bitten. What? I told you. I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die. And you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? What? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. Oh oh. Wir hätten das übersetzt. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Okay, wir gehen. Okay. We'll leave. Just try to take care of yourself or whatever time you have left. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa whoa whoa. Please. I don't want to be one of them. They're... They're... Satanic. Oh. Nein, 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 nein. We can't let you do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. Give it to me. Please. This is crazy. Please. Step back. It's just two seconds, just one bullet. And I can be with my family and it'll all be fine. Miss. Back up. Please. Back up. Whoa. Take it easy. We just want to help. You can't. Miss. Just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No, no, no! No. No! No. 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 Hier sind sie! Gehen sie! Gehen Sie! Alle gut? Ja, wir hatten ein paar kaltige Bezüge, aber Glynn ist gut, und... Ja... Wir sind gut. Ich habe ein paar canes von Gas für Ihr Pick-up in der Trunk in meiner Auto. Schön zu hören. Und die Dinge hier? Schau. Unser Freund ist da noch in und aus. Er wird nicht mehr Stress überleben. Die nächste Ordnung ist, die Pille aus der Pharmazie zu bekommen. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.